Hi, bin ich schon wieder, es ist schon wieder Donnerstag, wir haben 18 Uhr und ihr wisst, was das heißt, dieser komische Typ da ist wieder da, der da irgendwo seinen Namen stehen hat, da der Jan oder auch Sarkurion, der ist jetzt da, hi, willkommen zurück, oder so, an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Bei doch sehr bescheidenem Wetter draußen, es blitzt, es Donner, es regnet, alles blöd, deswegen spielen wir genauso blöde Spiele, und zwar Pokémon Feuergrün, ja, mal wieder. Und zwar habt ihr letzte Woche, dürftet ihr abstimmen, welches Pokémon wir jetzt von Professor Eich bekommen, weil wir sind ja aus irgendwelchen Gründen auf einmal im Pokémon Blau rausgekommen, weil wir diese komische Zeitmaschine benutzt haben. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie ihr am Strombroll abgestimmt habt, oder so. Dazu gehen wir mal rüber, auf die Feedback-Tafel, oder so. Da sehen wir auch schon unseren Strombroll, und der Strohhalm-Pool, äh, wie auch immer, sagt mit 75% Klomanda ist das Pokémon, welches wir bekommen. Und mit nur armen 2 Votes, das arme Arme Pisa Samen, niemand mag Pisa Samen. Ja, also, wir holen uns ein Klomanda, wie wir gesehen haben. Das wird lustig, das macht Spaß. Jetzt muss ich aber erst mal, das Spiel öffnen, und gucken, äh, dass wir unser Klomanda bekommen. Seid ihr ready? Seid ihr bereit? Für die, für das totale Chaos? Ähm, das ist das richtige Fenster. Alles klar. Jetzt schon im Hintergrund, äh, ich muss nur noch gerade, ja, Ton ist richtig eingestellt, das ist super. Dann muss ich nur noch einmal, über auf die richtige Tafel? Dann, äh, können wir auch schon loslegen, oder so. Da ist Pikachu wieder, ich muss noch ein bisschen hier hin und her ziehen. Ich ziehe das mal da hin, ich ziehe das mal da hin. Und dann ziehe ich das mal so hin. Ha! Wunderprächtig. Ja. Wie gesagt, hier war mir das letzte bestehen geblieben. In Pokémon Blau. Wir hatten die Auswahl zwischen Wisasam und Klomanda. Wie wir eben gerade beim Straupol gesehen haben. Nehmen wir Klomanda das Feuer-Pokémon. Ash erhält Klomanda. Und dann nimmt Gary natürlich Shiggy. Blumanda, das ist das schlechteste von allen Pokémon, die ich habe. Wieso auskriegt du dieses? Ah, das schlechteste Pokémon hast du dir da ausgesucht. Also Stream, wir müssen reden. Warum habt ihr das schlechteste Pokémon ausgesucht? Wie wäre es mit einem Kampf? Auf geht's. Gary schickt Shiggy in den Kampf. Ja, mein Schnee-Pikachu sagt zu dem Shiggy, äh, Donner-Shop. Tschüss, Shiggy. Mist, ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Irgendwann werde ich dich schon noch versiegen. Du solltest einfach kein Wasser-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon einsetzen. Das würde schon helfen. Nur so ein ganz kleiner Tipp. So, wir gucken jetzt erstmal hier. Äh, Pokémon, da ist unser Klomanda. Das tauschen wir erstmal ganz nach oben, weil das braucht Level. Die Technik heutzutage ist... Ah, gut, mit der haben wir schon das letzte Mal geredet. Wollen wir erst nochmal reingehen und Tschüss sagen? Hallo, Ash. Zum letzten Mal. Ich heiße Maike. Schon recht. Aber Ruhe dich erstmal aus. Ah, hi, Logen. Ja, gut, äh. Tschö, Rudi. Mach's gut. Wo ist eigentlich das ganze Gras hier hin? Gute 1. Muhahaha. Ich habe das ganze Gras geraucht. Jetzt haben die Pokémon kein Zuhause mehr. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Typ da. Oh, nee. Er hat das ganze Gras weggeraucht. Hilfe. Wie soll ich ohne Gras meine Pokémon-Sammlung vergrößern? Ich habe keine Ahnung. Oh, mein Gott. Der Kerl hat das komplette Gras weggeraucht. So, was steht denn hier auf dem Schild? Guter 1. Cool. Hi, Chris. Du hast gerade verpasst, dass der Kerl das ganze Gras weggeraucht hat. Alles sehen so aus wie ich. In der Tat. Ich kann... Das gibt's doch nicht. Die Tür ist verschlossen. Warum ist die Tür eines Pokémon-Centers verschlossen? Das ergibt... Okay. Nichts in diesem Spiel ergibt Sinn, aber... Hey, du kommst aus Alabastia, oder? Professor Eich schickt dich nicht wahr? Seine Bestellung ist angeholt. Holst du das Paket für ihn ab? Hey, ich habe Eichs Paket. Stand da gerade... Eich? Er hält Eichs Paket? Scheiß, verdammt nochmal... Maike! Ich verstecke mich hier im Markt vor meinen Klonen. Es ist kaum zu glauben, aber irgendwie sehen alle Jungs in meinem Alter aus wie ich. Scheint, als hätte Game Freak früher nicht genug Grafiker für abwechslungsreiche NPCs gehabt. Ja, in der Tat. Hey, schenkst du mir eines deiner Pokémon? Äh, wie wäre es mit Nein? Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Hast du einen Mew? Möchtest du es gegen einen Taubsi tauschen? Nicht? Schade. Tut mir leid, ich habe keinen Mew. Sonst hätte ich es gerne gegen deinen Taubsi getauscht. Oder auch nicht. So, äh, hier komme ich schnell weiter. Was wollt ihr zwei denn da? Ihr seid im Weg. Oh mein Gott, mein Opa hat einen Herzinfarkt. Dieser verdammte Kaffee. Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Wie kannst du das sagen, wenn du einen Herzinfarkt hast? Ja, dann gehen wir nach rechts. Äh, nach links. Richtung Top 4. Hier ist das komplette Gras auch aufgeraucht. Du hast doch keinen Orben. Ja, das ist richtig. Und? So what? I-Force Dragon, cool, dass du es gepackt hast. Ja, dann müssen wir wohl wieder runter zu Professor Iich und ihm das Paket geben. Vielleicht ist bis dahin der Herzinfarkt von dem Opa vorbei. Wie gesagt, hier ist kein Gras. Das wurde alles weggeraucht. Oh, hallo, ich kommst du gerade unpassend. Wollte meinen Mittagsschlaf halten. Wie, du hast ein Paket für mich. Das ist ein Spezial-Pokéball, den ich bestellt habe. Was ist es, Opa, du hast mich gerufen. Ja, ich wollte euch beide ein Pokédex geben. Ja, da habe ich nicht genug Geld für zwei Stück. Der Spezial-Pokéball war zu teuer. Tja, Ash. Wer zu spät kommt, verpasst das Leben. Ich habe mir den Dex als erstes genommen. Also gehört er jetzt mir. Muhahaha. Und was ist das andere da für ein Gerät? Das ist meine neueste Erfindung. Der Game-Porter. Aha. Was macht der? Den habe ich ursprünglich für GMs und GAs entwickelt. Also Game-Master und Game-Administratoren? Keine Ahnung? Man kann sich damit von einem Spiel in ein anderes porten. Hm. Ich komme mich damit zurück nach Feuergrün. Kann ich den Game-Porter haben als Ersatz für einen Pokédex? Ja, natürlich. Baut den nicht mehr. Ich habe leider zu spät bemerkt, dass das hier kein Online-Spiel ist. Demnach gibt es hier natürlich keine GMs. Jetzt nimm das Teil und lass mich endlich meinen Mittagsschlaf halten. Sieht aber wie ein Lexikon aus. Die Seiten sind nun beschrieben. Ne, warte. Scheint doch was zu stehen. Beast shows game. Ach, verdammt. Ich kann doch gar kein Englisch. Naja, scheiß drauf. Einfach mal einen Knopf drücken. Boah, jetzt bin ich schon wieder geblitzt, Dings. Siehe, bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Ah, endlich ein Spiel, was ich kann. Also die Musik hier ist auch nicht viel besser wie die in Pokémon Blau. Dann muss ich mir den Kram noch reinziehen. Okay, ich kann das Ding gar nicht steuern. Kann das Ding nicht steuern. Was passiert, wenn die Reihe da verschwindet? Sterbe ich dann? Ah! Oh nein, nicht die Linktune passt. Nimm das weg. Nein, nicht die Linktune passt. Ich habe sehr, sehr schlimme Träume davon. Hätte man die Landung nicht sanfter bekommen hier können? Ich habe, aber das hier ist keine Pokémon Welt. Und ich bin immer noch ein Junge. Hey, bist du nicht Zelda? Nein, ich bin Link. Wann lernt ihr Noobs das endlich? Moment mal. Das ist mein Pokémon. Du hast es fallen gelassen. Ich habe es eingesammelt. In RPGs darf ich immer alles behalten, was man findet. Also Pech gehabt. Na toll, wie bekomme ich jetzt mein Pokémon zurück? Was? Du brauchst dein Pokémon nicht zurück. Es gehört aber mir. Ich habe es eben erst von Professor Eich bekommen. Nee, halt. Das war Professor Eiche. Damals wurde das eh noch nicht gestohlen. Aber Moment, ein Pokémon Blauer hieß ja doch schon immer Eiche. Ah, mein Kopf. Mein Kopf. Ah, jetzt bin ich schuld. Ja, Miki, das ist genauso. Das ist genau wie damals, als ich Pokémon Diamant gespielt habe. Da haben die Professor Elbe auch nicht das wegfallen lassen. Hä? Wie es sonst immer üblich war. Bist du nicht der Protagonist eines Pokémon Spiels? Wie kannst du dann ein Pokémon Spiel gespielt haben? Hey, in diesem Spiel darf man nicht solche Fragen stellen. Wieso kannst du zum Beispiel reden? Ähm, vermutlich hast du recht. Logik und Authentizität gibt es hier einfach nicht. Das habe ich auch schon gemerkt. Oh, war mir gerade stinkblieben. Du wolltest dein Pokémon zurückhaben, aber das kannst du vergessen. Dann werde ich dich eben dazu zwingen, sie mir zu geben. Link schickt Glomanda in den Kampf. Tschüss Glomanda. Okay, dein Pokémon war schwach, aber jetzt musst du gegen mich kämpfen. Level 20. Ernsthaft? Shit! Wow. Ich glaube, es ist am effektivsten, wenn ich Surfer lasse. Was? Wie kann sich heilen, der Arsch? Was? Komm, stirb Link. Oder Zelda, wie auch immer. Hey, ich habe Link mit meinem Schillok besiegt. Wie ist das Spiel? Das ist so dumm. Ach, was soll's? Hier hast du dein Pokémon wieder. Er ist halt Glomanda. So, jetzt bleibt nur noch ein Knopf übrig. Hoffentlich ist das dann Feuergrün. Ich bin wie ein Mädchen! Hurra! Dann kann ich auch endlich tatsächlich zurück in Feuergrün sein. Da oben ist Team Schockett. Ich habe extra die Zivilisation verlassen um... Ruhe... zu finden. Und dann kamen die Schockett-Typen. Jetzt... nächtliche Technopartys hört man bis hierher. Soviel zum Thema Ruhe. Ich habe nun diese Gegend verlassen um ein neues ruhiges Fleckchen zu finden. Sucht mich nicht! Gezeichnet der Einsiedler. Verscheucht von den Team... Äh, von den Techno Schocketts. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Oh, ich bin ja so gespannt und voller Vorfreude. Uns, uns, uns. Techno Schocketts featuring Maike Barham. Yo! Oh Gott. Ein Sonderbombom. Komm, wir fragen sie doch mal. Die haben doch da oben gestanden. Mal gucken, ob wir mitfeiern dürfen. Hey! Du Rocket-Trübel! Das hier ist nichts... Äh, doch. Du hast hier nichts zu suchen. Geh zurück zu deinem HQ. Aber wir haben doch keins mehr. Die Urmel haben eine Revolution gestartet. Das ist nicht unser Problem. Und jetzt hau ab! Ach, komm schon Leute. Wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fast dieselbe Uniform. Ja, weil sie geklaut haben. Wir verdammten Modediebe. Ich glaube, die sind beschäftigt. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, hallo. Ich bin der Einsiedler. Sag mal, was hältst du von Team Schockett? Naja, sie haben einige Dinge gestohlen, die ich zurückholen muss. Kümst also mit ihnen auf? Hey, das gefällt mir. Denn ich mag sie auch nicht. Hier, ich helfe dir. Ruhe dich ein wenig aus. Yay. Hättest du den Weg zum HQ? Nein? Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen dieser Insel. Versuche in den Höhlen nicht auf höhere Ebenen zu steigen. Besuche den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in die Höhlen gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebenen besuchst. Also müssen wir nach rechts unten. Oh mein Gott. Wieder Höhlen. Ein belieber. Kleinstein. Ach stimmt ja. Ich habe ja gerade... Ich vergaß. Dein Glomanda ist ja wieder dahinter. Ein Superschutz. Oh mein Gott. Das dauert mir zu lange. Los Schneepika, mach es platt. Mach dieses Kubat platt mit deinem Donner-Schock. Yay. Level Up. Kleinstein. Einmal bitte Schillok. Und Schillok sagt Server. Tschüss Kleinstein. Ähm. Ähm. Beleber. Wunderprechtig. Und wieder ein Kleinstein. Kommt ja fast so vor. Mir kommt es ja fast so vor, als wären wir hier in einer Höhle oder so. Bis hier dann nur Steine und Fledermonts sind. Oh. Warte. Wir sind in einer Höhle. Vor allem Sonderbombom. Wunderbombom. Jetzt gucken was hier ist, bevor ich da rübergehe. Bevor ich die Leiter hochgehe, möchte ich jetzt gucken was hier richtig ist. Aus dem ist das ein guter Ort um mein Glomanda ein bisschen hochzulevellen. Okay. Warte mal. Auseinanderausgang. Fancy. Rattata. Nice. Oh. Ein Schild. Nicht das Hauptquartier von Team Schockett. Das Hauptquartier ist in Fethial City. Jetzt haben wir es gehört. Auf der Fethial City. WTF? Habe ich einen Pokéball? Ich will es haben. Ich habe zwei Pokéballe. Ich will es haben. Ah. Schlaf. Was? Hanfi und Pi machen nicht das, wonach es aussieht. I approve. Nein. Ich habe es umgebracht. Ich will dieses Phanfi und Pi haben. Das ist super. Oh. Ein Slackboot. Das ist super. Das ist super. Nein. Das ist es. Jetzt muss ich tauschen. So ist das nichts. Das ist ein Glück daneben. Habe ich Gegengift dabei? Ja! Tatsächlich eins. Ein Visenior. Ich will dieses Famphi und Vieh haben oder wie auch immer. Total nett, dann gehen wir halt wieder rein in das Nichtschukketaubquartier. Wir dulden hier keine Shilok-Trainer. Dann muss ich wohl zu Turtok weiterentwickeln bevor ich herkomme. Oh, dieser wird zwar so schlecht. Level Up! Noch ein Ratata! Noch ein Ratata! Ich finde den englischen Namen von Ratfratz so schön. Ratata! Noch eins! Sag mal, wie viele hast du denn noch? Nein, wie kann es sein, dass du meine Ratfratz-Armee besiegt hast? Vielleicht hätte ich doch mehr als ein Pokémon entwickeln sollen. Schickt Ratikale in den Kampf! Hey! Mach keinen Ratplatz! Tschüss, Ratikale! Komm ja nicht auf die Idee hier herumzuschnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Es wäre arg unfair von dir, gleich jetzt unsere Pläne nachzulesen. Ähm... Mal sehen, was sie so für Spiele haben. Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke! Von den Spielen habe ich erst mal genug. Oha! Hier ist noch eine Datei offen. Jetzt wird mir einiges klar. Team Shocket? Ach, die Pokéballfabrik unter Kontrolle. Kein Wundern, dass man keine Pokéball kaufen kann. Jobgenesung. Hypertrank. Alles klar Kilion, bis später. Mal sehen, was... Ja gut, das kennen wir ja schon. Steht effektiv genau das Gleiche als Dialog. Dann gehen wir mal hier hoch. Hi! Ich hätte hier so gerne ein... Hier... Hier... Hier Lea? Das ist viel besser als mal ein blödes Mautzy. Was ist ein Kier Lea? Ein Taubober. Das ist eigentlich schlimm, dass ich Pokémon nach Generation 1 eigentlich nicht so wirklich kenne. Golbat! Interessant. Ups. Ah, zum Glück bin ich hier bei dem Knisten. Jetzt... ähm... Jetzt nehmen wir den kurzen Weg. Beutel. Schutz. Warte mal. Beutel. Schutz. So ein Schutz ist doch schon was Feines. Das macht viel viel schneller. Doch, Schutz wirklich nicht mehr. Ist mir auch jetzt so ziemlich egal. Schutz muss glücklich gehen und campen, weil ansonsten komme ich nicht durch die Tür. Tonti. Hallo Schnee Pikachu! Gnade! Gnebe! Spricht zusammen. Wollwart Arme Schneepika Wollt er Damage mit seinem Flügelschlag Schocket hat lange geschickt Kylia oder Mautzi in den Kampf Weiß das selbst nicht so genau Hm Oh neee Warum Das ist so dumm Das ist so dumm Wow Damage So ein Kylia sieht auch viel besser aus als ein Mautzi Da komm ich nicht durch Da kann ich nichts machen Das kennen wir schon, da kann ich nichts tun Ja nun habe ich schon alles geguckt Ich weiß nicht Das ist so dumm Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das ist so dumm Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich würde mal behaupten, dass es da oben irgendwo noch einen anderen Eingang gibt, wo ich dann mehr machen kann. Ich habe doch hier noch Schutz. Ja! Nix, 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 nix. Sackkasse. Toll. Beutel. Schutz. Jetzt wäre rausgegangen. Ein super Ball. Yay, wir haben wieder Poké-Bälle. Hm. Schutz wirkt nicht mehr. Was willst du denn? Ah, ich habe mich verlaufen. Diese Höhlen sind der Rheinstiergarten. Cool, das ist schon durch. Danke. Wir können jetzt wieder da hoch. Die Frage, ob wir da oben müssen. Ja, genau. Im letzten Teil vor der Müllenausgang. Nein, Glumanda. Nicht. Das ist immer hier. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass der richtige Weg ist. Ich bin Meryl. Donner, schocken wir es zu Tode. Ja, es ist wirklich viel zu warm. Hi Kermit! Steaklit. Achtung, mutierte Pokémon. What the fuck? Ein Vulpix und ein Geowatz, also ein Geopix? Maybe? Wow, strong. Noch ein Geowatz. Hier gibt es auch einen Geopix. Aua. WTF? Hier gibt es doppelte Schwäche, weil Feuer und Gestein. Noch ein Geopix. Wow. Und noch ein Geopix. Ich sehe gerade, die Füße sind nochmal von irgendeinem anderen Pokémon. Und was sind denn die Füße? Ist das nur Fenster? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich kann die Mutanten anscheinend nicht fangen. Oder sowas. Ein Hyperplank. Ein Belieber. Ein Haus. Ich war einmal der Einzige, der Pokébälle herstellen konnte. Aber dann kamen so reiche Säcke und haben eine Pokéballfabrik gleich südlich von ihr gebaut. Kaum zu glauben, dass sie mir den Schlüssel der Fabrik gegeben haben, als sie vor Team Schocket geflohen sind. Du kannst ihn gerne haben, wenn du mir die Pokéball Baupläne aus der Fabrik holst. Wozu brauchst du denn die Pläne? Sagtest du nicht, du wüsstest, wie man Bälle herstellt? Ja. Aber das sind nur Pokébälle. Superbälle sind zu hoch für mich. Stimmt. Die kann man nicht aus Aprikocos herstellen. Aprikocos? Wie soll ich denn aus Obst Bälle herstellen? Die Pokémon essen die Bälle doch eher auf, als dass sie es darin fangen lassen. Diese Anspielung auf Kurt. Oh mein Gott. Ja, wir machen Bälle aus Obst. Oh, ein Visenior Golbat. Ist das dann ein Golsenior? Oder ist das ein Visenior Golbat? Oder ist das ein Visenior Golbat? Immer noch mutierte Pokémon. Oh, ich darf gleich surfen. Da bin ich mal gespannt. Keine mutierten Wasser Pokémon? Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr sehr enttäuscht. Noch ein Visenior Golbat. Noch ein Visenior Golbat. Oh je. Oh, ein Tentascha mit den Armen von Kleinstein. Ist das dann ein Klein-Tascha oder ein Tenstein? Oh. 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 Oh здrafisch. Und ein Ball. Was ist da drinne? Ein Sonderbonbon und ein Beleber. Ich glaube das da ist die Pokéballfabrik. Ein Sonderbonbon. Die Pokéballfabrik. Unten drunter steht. Nicht von Team Schockett übernommen. Ja, dann wissen wir wohl hier auch wahrscheinlich nicht hin. Rein. Grausen war eh scheiß Wetter. Es wäre mir schon fast klar, dass das ein Teleport ist. Du kennst doch mit Anastar. Ja, Labyrinth. Wer mag sie nicht? Ich bin ein Sonderbonbon. Ja, ich bin ein Sonderbonbon. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass das Ding mich im Kreis teleportiert. Okay. Boah, es ist warm. Warum muss es so warm sein? Gib mir einen Fächer. Sie hat mich an den ersten 24 Stunden Stream versucht. Da war es eh nicht warm. Voll warm. Hoho. 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 Los, bring es um. Bitte. Glück gehabt. Das hätte mich genauso gut auch töten können. Beutel. Wo geht es denn hin? Hier gibt es gar nichts. Geil. Ich gehe einfach den Encounter nach. Oh mein Gott. Ja, jetzt wird es lustig. Jetzt setzen sie auch noch Mutanten gegen mich ein im Kampf. I approve. So, jetzt setzt er E2 ein. Ich finde das schon fancy, dieses Visor mit den, äh, äh, Viselor, Entschuldigung. Mit den Golbat-Hügeln. Einmal bitte. Ernsthaft. Ein Aufzug. Guten Tag. Ich bin Siegfried der Drachentrainer. Bist du auch hier, um Team Schocket zu zerschlagen? Ich finde es schrecklich, wenn Menschen versuchen, Pokémon künstlich zu verstärken. Team Schocket verpestet die Umwelt. Bestimmt. Hm? Ich bin, um starke Mutanten-Pokémon fangen zu können. Das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall beim See des Zorns. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber ein wenig Hilfe kann nicht schaden. Na dann los! Auf geht's, Siggi! Einmal ganz hoch. Also wir sind, also Chris, was du verpasst hast. Wir sind aus Pokémon Blau in Legend of Zelda, ne, erst in Tetris, dann in Legend of Zelda, Link to the Past und dann wieder zurück nach Feuergrün. Dann haben wir das Hauptquartier gefunden und jetzt sind wir in der Pokoball-Fabrik. Und Siggi hilft uns jetzt Team Schocket zu klatschen. Okay. Wir müssen in den ersten Stock. Du musst heute da im VD schon. Ich war auf jedem Pokémon-Event und habe die ganzen Sonder-Pikachus gesammelt. Zittere in Ehrfurcht vor meinem fliegenden Pikachu. Ja, das gab es wirklich. Surfendes Pikachu gab es auch wirklich. Ich habe gehört, ich möchte einen Beleber auf meinen Schnee-Pikachu einsetzen. Und einen Beleber auf meinen Glomanda einsetzen. Denk es Dungeon? Nice. Schockett hat lange schickt fliegendes Pikachu in den Kampf. Das gab es auch. Das konnte sogar Fliegen erlernen. Schickt Schnee-Pikachu in den Kampf. Das habe ich auch. Oh, hör auf die ganze Zeit wiederaufbau zu benutzen. Ich will dich doch einfach nur killen. Schutzschild. Schickt kein Pikachu in den Kampf. WTF? Das war eindeutig kein Pikachu. Hä? Ist es dir recht, wenn ich gegen den nächsten Trainer kämpfe? Dann siehst du einfach mal die unglaubliche Kraft von Drachen-Pokémon. Trainierst du etwa nur Drachen? Aber natürlich! Das sind die stärksten aller Pokémon. Na dann zeig mal, was du drauf hast. Los, Garados. Aber Siegfried, Garados ist doch kein Drachen-Pokémon. Das Vieh ist Typ Wasser und Flug. Hast du das denn nicht gewusst? War doch nur ein Test. Los, Glurak! Ähm. Das ist vom Typ Feuer und Flug. Ja. Das war auch nur ein Test. So Ahnung von Pokémon hast. Ich mag dich. Los, Aerodactyl! Erstmal schreit noch ein Test. Das ist Gesteinflug-Pokémon. Echt? Hoppla. Aber in der Jojo-Liga hat man mich mit dem Pokémon als Drachentrainer zugelassen. Ich war der fünfte Trainer der Top 4. Ich bin einfach übermächtig. Das ergibt alles keinen Sinn. Was du da erzählst. Hä? Das ist Pokémon. Was erwartest du? Stimmt, du hast recht. Aber jetzt greife endlich mal deinen Gegner an. Er fängt langsam an sich zu langweilen. Los, Stratini! Drachenwut! Hoppla. Das ging schnell. Wieso ist dein einziges Straten-Pokémon so schwach? Ähm. Guck mal. Ein rotes Garados. Wo ich sehe nichts. Siegfried? Siegfried! Wo bist du? Verdammt! Was ist das? Ähm. Ich gehe mal wieder zurück. Verdammt! Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Damn! So. Da ist echt Mistel gegen den Sieggy eben gerade gekämpft hat. Ich glaube, das sieht richtig aus. Hey! Ich habe so einen Nerd auf Route 1 sein Pokémon geklaut. Äh. Lasst mich raten. Wieso? Handel angeschickt. Wie Senior in den Kampf. Wie Senior in den Kampf. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Das ist totaler Blödsinn. Oh. Ich habe keinen Server mehr. Oh mein Gott. Es ist so warm. Nichts. Oh. Stirb Kartoffel. Stirb. STIRB. Noch ein Beat. Oh mein Gott. Das kann ein wenig dauern. Das Problem ist, ich habe auch keine Tränke mehr. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh nee. Verdammt. Ich hätte speichern sollen. Oh mein Gott. 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 Warum ist es nur so warm? Mach doch mal jemand die Heizung aus. Oh, ich kann bei dem Kerl Tränke kaufen. Niiiice! Heil, Heil. DIN 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 Bei uns ist kein Regen in Sicht. Warte mal gucken. Regen ist wieder weg. Ich dachte vorhin, kurz nachdem ich von der Arbeit gekommen bin. So, einmal wieder ganz nach unten. Aber wenigstens habe ich jetzt genug Tränke, um alles wegzuheilen. Alter. Ist das deine Ernst? Komm schon. Komm schon. Ja, unser Regen. Der Regen war, wie gesagt, vorhin da, kurz nachdem ich von der Arbeit gekommen bin. Ich habe es gerade so in die Garage geschafft, ohne nass zu werden. Und dann kam der Regen. So, immer da lang. Immer da lang. Immer da lang. Einmal erster Stock. Dann einmal hier lang. Dann hier runter. Da bin ich wieder. Oh mein Gott, ist das warm. Los, Donner-Schock. Schock ihn zu Tode. Okay. Eisstörn vielleicht? Maybe? Oh Gott. Es ist so warm. Ich will nicht, dass es warm ist. Bitte macht, dass es wieder Winter ist. Es ist zu warm. Seriously? Ich hatte es gerade zufrieden. Weil mir wie viel AP hat das Ding überlebt? EIN? Oh, ich habe Hells Pelz draußen. Das kann ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich finde gerne eine Flasche Pommes. Ich finde gerne eine Flasche Pommes. Geh den, Chris. Ich finde gerne einmal Pommes. Ich finde gerne eine Flasche. Also mit Surfer-Key komme ich da um einiges schneller durch. Bei uns kurz, also beim Spielenbeginn, hat es noch gewittert. Ein Visor! Ach, wir haben es geschafft. Erstmal Pommes. Erstmal Pommes. Erstmal Pommes. Dann Klebe. Dann noch ein Drang. Dann noch ein Drang. Wenn wir einmal anbleiben. Wenn wir das lesen können. Wenn ich die erste Folge schon verpasst habe. Kann ich sie gerne auf YouTube nachholen. Oh mein Gott! Wo bin ich hier gelassen? Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Das war das, das war das Das war das, das war das Also wie war das noch Einmal hier drücken, dann nochmal da und Tadaa So und wo bleiben jetzt die Meisterbälle? Was suchst du denn hier? Schockett hat man geschickt Tau Boga in der Hand Attack Pikachu Auf zum Atem Auf zum Atom Donnerwelle 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 ist eine Kargattacke Sie spielt man nur im Combatative Wenn man sie überhaupt spielt Wattie Mal ein Wattie Der Wattie ist ja auch Teil Der Wattie Der Wattie Der Wattie Der Wattie Ein Senior Schon wieder Den wissen wir ja inzwischen Dass man zweimal Surfer killen kann Oder mit einem Crit Das geht auch Smetbow Auch schön Damm Meike Findet Schockett Hauptquartierschlüssel Die Bildschirmen sind die Pläne Irgendwie muss ich jetzt doch ausdrucken oder sowas Was war das denn? Welch ist das denn? Der Meisterball? Beigehält Meisterball Yay! Ich hatte einen Meisterball Selbstzerstörungssequenz eingeleitet Shit! Was hat der Schocketttyp gemacht? Schnell raus hier Ah Wo ist der Aufzug? Ah Hilfe Aufzug Blizz Ah Aufzug 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 Hier sind wir Gut Einmal bitte Erdgeschoss Aufzug Ha Auf frischer Tat ertappt Deine Liste wird immer länger mal nachsehen Ah ja Hausfriedensbruch Umweltverschmutzung Jetzt hast du noch die Pokéballfabrik Zerstört Hä? Das ist Umweltverschmutzung Du hast die Pokéfabrik Sabotiert Sodass Giftstoffe ausdrehen Hey Das war ich nicht Das war Team Schockett Die wollten Meisterbälle herstellen Team Schockett würde so etwas nie tun Dafür sind sie viel zu nett Erst gestern haben sie uns neue Uniformen gekauft Ist das nicht irgendwie eine Besprechung? Willst du mir etwas vorwerfen? Na warte Schnappt sie euch Nicht zu schnell Los Schillok Schillok Fliegen Flieg mich nach Knoblauchheim Ach ihr Pokémon seid aber auch wirklich zu nichts zu gebrauchen Hey Sattest du nicht das ist ein Zauber Schillok und das keine Klasse fliegen kann? Ähm Nein Das würde ja bedeuten ich hätte Unrecht Bin ich mir nicht sicher dass du das gesagt hättest Scheint als wären die erstmal hier in der kleinen Streit beschäftigt Und nicht zu trainieren Und nicht zu lang Puh das war knapp Jetzt ist die Frage wo müssen wir hin? Stimmt, dann komm schnell weiter, da brauche ich jetzt die Schneider für Ich kann mir hier ja der Knispel aus der Pokowaldfabrik weiterhelfen Und? Hast du die Pläne? Nee, aber ich konnte den Meisterball finden Einen Meisterball? Ha! Noch besser! Einen solchen Ball konnte ich noch nie herstellen Ich habe den Meisterball ausgiebig studiert und ich denke, ich kann sie nun herstellen Wenn du Lust hast, kannst du meinen Prototypen ja mal ausprobieren Wenn du neue haben willst, kostet dich das aber eine Million Oh mein Gott Willst du Bälle kaufen? Nein! Aber du kannst mich heilen Bim 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 Hm So, ich habe keine Ahnung wo ich jetzt hin muss Oh mein Gott Tschüss Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So, weil, wie wir ja da hinten gesehen haben, sind wir rechts nicht weitergekommen, weil wir dafür die Zerschneider brauchen. Wir haben ja keinen Zerschneider, wir haben ja nur Schneider. Oh mein Gott, so viele Encounter. So, um... So, ich Wasn't Me Awkward Die Frage! Stimmt ja, ich habe hier jetzt den Haupt... Das war meine Maus. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Schockraubquartier. Wir können dort dann den Schlüssel platzen. Oh mein Gott! Das ist Kleinstein. Wir haben nur hier durch. Oh mein Gott! Warum sind hier so viele Encounter? Ups. Ich würde eigentlich nicht gut einsetzen. So viele Zubats! Das Problem ist, ich habe kein Fahrrad. Weil das einzige Fahrrad, was ich mir leisten kann, hat viereckische Räder. Kannst du nach... Oh mein Gott, Chris. Sei froh, dass ich dir für den Titel schon keinen Witz gegeben habe. Jetzt müsste ich ja hinten auch durchkommen, oder? Ja. 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 Jetzt war's. Und jetzt kommt noch. So... Wie sieht das jetzt aus? Und? 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 ein Meryl Goldschnee Pikachu Donnershock und Donnershock er sitzt Meryl ein Donnershock und Donnershock und er sitzt wieder Meryl ein ja dann Donnershock und Donnershock Dönnershock Azu Meryl in den Kampf ja trotzdem Donnershock und Donnershock Kritt jawohl erstmal brauche ich einen Superdank Dönnershock Dönnershock und Dönnershock 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 Oh my god Was hast du jetzt da? Dönnershock 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 Dönner Dönnershock Dönnershock Blaukraut bleib Blaukraut und Brautkleid bleib Brautkleid. Da schiebt Rotom in den Kampf. Was ist das? Ich denke, er ist ein Rotom. Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, was ein Rotom ist, aber es sieht elektrisch aus. Oh mein Gott. Warum ist es immer noch so warm? Noch ein Rotom. WTF? Warum sieht das Ding jetzt anders aus? Das Ding kann Blizzard? Wait, what? Say what? Das Rotom, Kühlschrank oder Waschmaschinen? Was hab ich verpasst? Schickt noch ein Rotom in den Kampf. Ist das jetzt Rotom Rasenmäher? Ich glaube, das ist Rotom Rasenmäher. Och nö. Wo bin ich hier nur hingekommen? Rotom Rasenmäher. Oh mein Gott. Noch ein Rotom. Ist das denn Rotom Backofen? Rotom Fritteuse? Ich glaub das war Rotom Backofen. Noch ein Rotom. Das sieht jetzt aus wie Rotom Waschmaschine. Das link hat Hydro Pumpe. Es ist immer noch Elektro. Ich habe gehofft, dass es zum Teil auch Wasser ist und dementsprechend Schwäche hat zu dem Elektro. Oh mein Gott. Dieses Spiel macht mich so fertig. Schickt noch ein Rotom in den Kampf. Rotom Ventilator. Oh mein Gott. Ein Rotom Ventilator. Rotom Ventilator ist super. Ich will auch ein Rotom Ventilator. Ich will auch ein Rotom Ventilator. Ich will auch ein Rotom Ventilator. zu rechts. Ah. Super Tank. Ah! Rotes Licht. Das tut in den Augen weh! Ratata! Fast one hit! Ratata! Donner Shock! Ratata! Donner Shock! Aua! Mein Schnee Pikachu ist tot! Es leuchtet rot, ja. Was ist das? Blaues Licht! Was tut es? Es leuchtet blau! Klassiker! Oh mein Gott! Du fühlst 2 HP überlebt! Nein! Wie kann es sein, dass du meine Radfatzarmee besiegt hast? Bestellte dich doch mehr als ein Pokémon! Okay, das hatten wir schonmal mit dieser Konversation. Soll den Geek! Oh mein Gott! Sieh! Sieh! aber kein, äh, nein, ich habe keine Erlebnisse ok ok Püppertrang so ein Beleber wäre jetzt voll Fernzieher äh, nichts Sieht aus, als hätte ich den Grund für den Alarm gefunden wird Zeit, dass dich endlich jemand ausschaltet bei dem Lärm hier kann man ja gar nicht schlafen Schockett Vorstand schickt Zingo in den Kampf Schickt Zingo in den Kampf Fancy Musik ist fancy ein Glück habe ich genug Trinke dabei Schickt Robomauts in den Kampf Knapp WTF WTF wie viel Damage macht ihm sein Schlitzer oh 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 WTF? Wie ist das Dabit? Wow 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 Diese Damage Das ist ja nicht mehr normal Ähm Scheiße Ich gehe jetzt nicht Oh mein Gott Das Ding Teilt ganz schön aus Das Robo-Morzi Oh mein Gott Oh Ich guck mal kurz die Kopfhörer ab Meine Ohren schwitzen Es ist alles viel zu warm hier Besteht nicht irgendwie so ein Fächer Doch ich habe da oben ein Fächer Gib mir den Fächer da oben Gib mir den Fächer Gib mir den Fächer Noin schnoin Noin Noin schnoin Bei mir jetzt kann ich von den Dingern wenigstens fliehen Das ist das Gute Weil der Glomanda jetzt höher ist Als die wilden Pokémon Und Ah 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 Ohren akklimatisieren und jetzt kann ich die Kopfhörer aufsetzen, damit ich höre, falls hier irgendjemand nur gehört, wo es geht. Das ist ohne Kopfhörer ein bisschen schwierig. Jetzt zaut mich der Chris, dass ich Leuten nicht gesagt habe, dass es voll gut ist, dass sie folgen. Also da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch. Hier hoch, da hoch, da hoch. um So, genug geschlafen, jetzt wird aufgeräumt What the fuck? Und sein Schlitzer macht 80 damage Sprech zusammen Wow Ich sehe kein Video mehr Das ist blöd RIP Bildschirm So, ich glaube ich habe es wieder gefixt RIP Bildschirm Das heißt meine Pokémon sind schlicht trainiert Deine MUTE ist schlicht trainiert Du kennst wie eine Bauer Du kennst wie eine Kuh Das habe ich gelesen Kilion Ich weiß wo dein Haus wohnt Ich sehe das Die Pultra Typen kommst du nicht an Schickt unfertiges Buchstaben Pokémon in den Kampf Fragezeichen FUK Wie du wirst umgezogen? Dann weißt du, wo das Haus von deinen Eltern wohnt Ich bin am Übersch...legen ... 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 Das wäre verdammt geil gewesen Ich hätte es gefeiert Ups Hashtag feierbar Äh, anders noch So, hier rum, so rum, genau Ich sehe gerade da oben ist eine Heilstation Das macht die Sache natürlich um einiges leichter Und auf ein neues So, auf geht's Shilok Schraubern dich Qua vello Und dann mal den Blooper Gegen Rap-Teen hätte ich gerne Glumanda. Grittlich sehr effektiv. Nice. So, oben, wo maut es hier? Ich gerne da Kleinstein. Wenn es da ein bisschen ist. Wow. Wow. Oh, das tut mir nicht so spannend. Oh mein Gott. Wiederaufbau! Als Sturem. Wiederaufbau! Eisdur! Nice! Los Glumanda! Verbrenne sein Reptain! Auch wenn du 11 Level niedriger bist. Wow! Wow! Oh, Kleinstein! Ich glaube an dich! Ich glaube alle an dich! Du kannst es schaffen! Oder auch nicht! So, das unfertige Buchstaben-Pokémon! Eisstrahl! Ob das Ding alles kann! Flammenwurf! Lass schweil! Lass schweil! Lass schweil! Okay, das Buchstaben-Pokémon ist dauernd! Ja, ich habe den Vorstand gesehen! Oh mein Gott! Wieso muss ich schon wieder verlieren? Gönn mir doch einmal den Sieg! Du hast einmal gewonnen! Das hier muss wohl das Buchstaben-Pokémon sein, das Sie erschaffen wollen! Was haben Sie denn hier? Das E! So wie das Zehr! Wie praktisch! Maike findet E! Maike findet Zehr! Yay! Professor Eichs Pokémon! Oh, es hat sich befreit! Nein! Das Buchstaben-Pokémon! Hilfe! Was zum... Wo ist es hin? Wo kommen Sie denn schon wieder her? Ich dachte, ich hätte unser Buchstaben-Pokémon gehört! Oh nein! Was hast du getan? Wieso hast du das befreit? Ich habe gar nichts getan! Was war das für ein Vieh? Verdammt! Ich muss es unbedingt wieder einfangen! Was? Wenn es an der Küste einer Insel versteckt und dort heimlich Items vervielfacht! Oder am Ende sogar über Level 100 wächst! War das nicht euer Ziel? Ein solches Über-Pokémon zu erschaffen? Ja! Aber als es unter unserer Kontrolle steht! Und das ist nur eher eine Frage der Zeit! Bald haben wir es gefangen! Und dann bist du dran! Mit dem Pokémon holen wir uns erneut dein Zehr! Und E! Das wird das Pokémon perfekt! Und es wird wieder uns gehorchen! Du hast keine Chance! Sie hat echt was für Abgänge übrig! Das muss ich auch mal probieren! Licht aus! Und jetzt! Aua! Im Dunkeln die Treppe hinterher gehen! Ist echt keine so gute Idee! Ich habe beim Sturz auch nichts verloren! Das E! Die drei Pokémon scheinen auch da zu sein! Sollte ich jetzt endlich zurück nach Knoblauchheim bringen! Dann auf nach Knoblauchheim! Dann auf nach Knoblauchheim! Und zurück in der Vantage! Und zurück in der Vantage! Und zurück in der Vantage! Ja! Das ist das geheime Buchstaben Pokémon! äh, Panfiel und Piers sind wieder da einmal zurück-marsch, 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 zurück-marsch ein Wiesau ... Einmal bitte heilen, Dankeschön. Bäm, bäm, hele, bäm. Ja, weiß ich, weiß ich, danke. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß nicht, wie ich hinkomme, danke. Darf ich jetzt wieder gehen? Nein, nicht daran, ich will hier raus. Gib mir mal, erst mal, bevor wir kommunizieren mit der VM-Schneider. Erhält VM-Zerschneider. Okay, Klumanda, lern mal Zerschneider. Bevor uns das wieder abgenommen wird. Ach, stimmt, ja. Oh mein Gott. Wow, ein Feld. Schon kommt gleich wieder das nächste. So, einmal wieder hier hoch, dann hier rein, dann da hoch, da rüber. RNG. All pray to RNGs. Booth, tot initial Значит nicht sonst. So, brown bedeutet ... So. So. Where bout to RNG? Wow. So. So. On already камRI. So. So. Wir können jetzt endlich Zerschneider einsetzen hier drüben. Finally! Wir haben ein Pokémon, das endlich Zerschneider kann. Weil die V.O.M endlich Zerschneider heißt und nicht mehr Schneider. Ach komm schon. Muss ich jetzt wirklich erst wieder auf Chilo wechseln, damit ich entkommen darf? Natürlich. Alter, diese Encounter-Raid ist nicht mehr feierlich. Oh mein Gott. Ah, wir sind wieder in Fethial City. Erstmal. Oh, Polizisten. Hä. Ich würde gerade sagen, erst mal ins Pokémon Center. Aber anscheinend nett. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin mal gespannt, was Professor Eiche sagt dafür, dass wir ihm das EG zurückbringen, aber wisst ihr was, ich bin so fies, Stefan ist gleich dran, wie es weitergeht, was nächste Woche, Cliffhanger, einmal speichern, jawoll, nun sage ich, Übergang, aus die Maus, und wie gesagt, weiter geht's, nächste Woche, weil jetzt ist leider schon Zeit zu gehen, und Stefan kommt jetzt dran, er versucht, mich aus der Klapse auszubrechen, während wir versuchen, der Allerbeste zu sein, wie keiner vor uns war, und ganz allein alles schnappen, und wir kennen die Gefahr, ihr wisst, was ich meine, will er einfach nur raus aus der Klapse, mal gucken, ob er das schafft. Deswegen sage ich, es war schön mit euch, toll, dass ihr alle da wart, und ich wünsche euch gleich viel Spaß mit Stefan, und mit Edna, und mit Harvey, und mit Trockelwäscher, und mit Alumann, und mit, keine Ahnung, wer da noch halt so alles drin vorkommt. Ich sage, adatschö, bye-bye, bis zum nächsten Mal, und, ähm, ja, wir sehen uns tatsächlich nächste Woche Donnerstag wieder, am 29. Es ist der letzte Donnerstag, vorm Summer Games Tag Quick, also, schaltet ein, vielleicht gibt's ja eine Überraschung, und wir sehen uns doch noch irgendwann diese Woche, ich weiß es nicht, aber wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag, bis dahin, bye-bye.